Menschen sind oft neugierig, wie er so in Musik arbeitet, in der sich lernen Musiktheorie. Man lernt das aber aus auf dieser mechanischen Weg, als der was weißen, wie so ein 20-stellender Bild formen ein Stück Bild für sich, aber der was weißen ist, bleibt mit der Sache kalte Fakten ernehmend, was meine Gune ist für sich. In diesem Kurs habe ich entwickelt, am erheblich für Menschen, die einen Tag enttäuscht geworden sind von lernen Musiktheorie, also wie man lernt das Aus-Hansi-Tux. Ich lerne das Aus-Hansi-Tux, das immer auf der Weg, wo sie verständlich und klar sind, weil sie uns beide anheben sind, und so ist der Aus-Kirme der Film mit einem klaren Bild von wie er so in Musik arbeitet. Ich lerne das Aus-Hansi-Tux, das immer auf der Weg, was du mit einem Ab-Ein-Tux, will meine Gästen einladen, von fingern, zur Kol tren. Untertitelung des ZDF, 2020